Hallo Leute, mir geht's momentan nicht so gut, wie im Titel ja schon steht, ich bin krank. Es geht mir schon wieder besser, am Montag fing's an, also habt ihr gesehen, dass am Montag keine Rimmwoll-Folge kam. Ich lag schon am Montag dann fast den ganzen Tag im Bett und jetzt bis heute Freitag auch fast jeden Tag, den ganzen Tag im Bett. Von Dienstag auf Mittwoch war extrem schlimm, ich dachte, da explodiert mein Schädel. Aber wie gesagt, deswegen kommen jetzt erstmal keine Videos, rechnet mal damit, dass es wirklich vielleicht noch zwei oder drei Wochen echt keine Videos geben wird, weil das macht einfach keinen Sinn. Das strengt mich jetzt wirklich zu sehr an, ein Video zu machen und ich glaube, keiner will mir beim Kranksein zuhören. Von daher, wie gesagt, zwei bis drei Wochen, rechnet mal da, dass es dann erst wieder regelmäßigen Content gibt. Ansonsten wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und ich hoffe, dass keiner von euch krank ist oder wird und ja, bis in zwei bis drei Wochen wahrscheinlich. Macht's gut, ciao.